Auch Frenzen jetzt, ich hab's gesehen. Irvine im Kies, kommt zurück. Im Angriff auf Ralf Schumacher, jetzt Bruder Michael beim Hereinfahren. Was machen die? Achten sie eher aufs Lenkrad. Sprit logischerweise. Gang ist drin und weiter geht's. 13 Sekunden. Langer Stopp. Das könnte entscheidend gewesen sein. Hast du gesehen, ob die das Lenkrad gewechselt haben? Auf jeden Fall hat er ein Problem gehabt, irgendwie den Gang einzulegen. Es wurde nicht gewechselt, hören wir von James Zipser, unserem Boxenspion. Kein Lenkradwechsel bei Michael Schumacher. Hier Irvines aus- und abflog, während die zwei Schumachers... Ganz alleine hat er das gekonnt. Die zwei Schumachers kämpfen gegeneinander im Verfolgerfeld. Da geht's um die Plätze. Hier! Und das müsste jetzt eigentlich der Ralf gewinnen auf der Innenbahn. Nein. Da muss er zurückstecken und das macht er. Beschenkt ihm deinem Bruder überhaupt nichts. Aber das will Frank Williams natürlich auch sehen. Wir sind gerade los.